Aufs Tor geschlagen. Mit dem linken Fuß. Und drin ist er! Mamutovic greift runter durch. Ab ins lange Eck. Klasse Tor von Puttigam. Aber kann sie vielleicht ran. Wir haben ein Spielchen. Lang unterwegs. Muss sie den Schritt machen. Einen nach hinten. Und dann dran greift. Bleibt stehen. Springt dann hoch und kommt nicht dran. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.